ja leute ich bin's euer Venom und ja herzlich willkommen zu einem Let's Play von Candles ja wir sind gerade hier im Menü das ist ein ja eine Horror Game ist so wie Amnesia ist eigentlich schon richtig gut gemacht den Programmierer kenne ich jetzt nicht aber das Spiel ist einfach nur geil ich habe schon ein Gameplay gesehen Part 1 und deswegen weiß ich was uns am Anfang also was auf uns zukommt am Anfang und ja ja bevor wir anfangen möchte ich euch mal mein Logo zeigen tada ja habe ich selber gemacht gestern Abend richtig geil na gut ja gut wir können anfangen Enter the Forest ja wir starten im Wald keine Ahnung warum aber ist schon eine gute Idee ja bei mir läuft das Spiel jetzt nicht so flüssig ich habe ja ein bisschen die Grafik runtergestellt so das Spiel ist eigentlich schon eine gute Idee man erschreckt sich wirklich aber mal gucken wie ich mich erschrecken werde weil ich habe das jetzt nur vom Gameplay gesehen und das sagt jetzt nicht wirklich viel ja wir starten hier bei der Hütte ja schon ein bisschen komisch irgendwie klein warum mein Hust ne gut seht ihr das auch diese roten Augen da haha wie lustig gut wie gehen rein ach ja hier so ein Zettel ja also ich würde es nicht durchlesen das sowieso auf Englisch Moinsen soll gehen wir mal rein kann man hier die Kerze anmachen jawohl kann man ja sieht alles ziemlich schick aus ne ups gut machen wir mal hier die Tür auf guten Tag guten Tag guten Tag guten Tag ach du scheiße geht die Tür eiskalt zu hinter uns machen wir mal hier die Kerze an hier war auch noch eine hier auch noch eine ups kann man die Schüler eigentlich so hochheben ne gut das war's so so sieht hier unser Raum aus ist ein wohnzimmer oder so halt so ein hauptraum ja hinzu halt nur Bilder mehr auch nicht scheiß Stuhl umgekippt na gut ähm wir gehen mal jetzt weiter äh ich gehe mal hier durch oh Mensch was denn das so soll ich doch so geht doch Kio und anziehen nm ok m der sagt irgendwas mit Badezimmer oder so Bordmann Husten immer hier durch doch was das habe das gesehen man also jetzt habe ich so schiss man alter mann 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 so ein scheiß ich habe jetzt keinen bock rein zu gehen warum spiel ich das spiel egal augen zum durch warum die eigentlich mit den türen zu keine ahnung hier kühlschrank kann man ihn aufmachen kann man nicht hier irgendwas hier kann man nichts auch machen aber man kann die rauf wo soll ich lang gehen was denn das war ja ich bin auch wieder zugelaufen weil ich dachte dass airport oder so aber er hat nicht geklappt was jetzt passiert also er muss jetzt das spiel von vorn spieler ist gut ich starte hier ach so ok er lässt nicht verstehe es also ich verstehe das spiel das ist wie mensch geht doch jetzt an warum geht das nicht an grad waren die lichter wie an warum geht ich stelle ich mal diese kerzen aus so ein shit gut diesmal gehen wir hier lang mann wieder im badezimmer ja oh mann das ist nicht immer aus und niemand die lampen hier aus alter okay ich bin jetzt in irgendein gammel raum ich sehe jetzt hier nichts manchmal die kerze an gibt sie noch eine kerze irgendwo ja hier ach so dass die so ein gang ach so was hier okay ist nichts kann man nicht aufheben ja gut denken wir aus geht zu mann ich mag den raum nicht na gut mal gucken was hier zu kommen ich hier her mann 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 ist er wieder jetzt da okay der ist nicht da oh mein gott mein gott mein gott das ist der schlüssel oder ja jawoll ich habe einen schlüssel ich habe einen schlüssel kann man irgendwas aufmachen nein kann man nicht na gut mann ok ich verstehe es man muss glaube ich den gegner rauslocken von der von dem zimmer oder ins licht oder so irgendwo muss man den hinführen okay ist wieder kein licht an egal ich gehe da nicht hin da gehe ich schon mal nicht mehr rein warum ich immer die lichter hier immer aus ich verstehe es nicht gut manche die tür auf zack ja das spiel ist eigentlich eine testversion sozusagen man kann das nicht m durchzocken aber kam raus kommen raus jawoll ha ha mann alter ist jetzt auch noch mal hier drin da war ja hinter der tür ich habe da so ein staubzeug da gesehen wenn ich mal auflöst aus dass hier ein brief jonas ach so kann man hier was aufmachen na gut dann gehen wir mal hier weiter hier oder ja ist da jemand okay da ist der wieder aber oh mann ruhig gänsehaut leute ja gut wir müssen von vorne durch anfangen denke ich mal ja tada mal gucken wo wir starten ja gut wir starten wieder hier ja ähm das war eigentlich also das war es eigentlich ähm ja wie gesagt man muss halt immer äh den gegner ins licht locken sozusagen das ist wirklich ziemlich schwer ich hoffe ihr schafft das war halt der letzte raum da wo ich war da war eigentlich nichts da war nur so eine gammelmaschine und mehr auch nicht ja ja also ich fand die testversion ziemlich geil und ja also ich weiß jetzt nicht genau ob es eine testversion ist aber es sah so aus na gut egal mir hat das auf jeden fall gefallen und ja den download link findet ihr in der beschreibung und bitte liken äh ja sonst bis zum nächsten mal euer venom